hallo herzlich willkommen auf meinem kanal weiter geht es mit einer galaktischen folge star wars battlefront 2 die kampagne hier haben wir das letzte mal aufgehört und jetzt geht es weiter freunde okay wir müssen ja diese kapsel erreichen genau macht ich an die arbeit da kommen schon gleich gegner hey okay da bringt es nicht wir müssen mal versuchen auf den kopf zu schießen da kommen wohl noch mehr weg 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 das hört mir zu viel wir müssen die kapsel erreichen unbedingt So, das hätten wir. Da ist die Kapsel, da müssen wir gleich rein. Oh, weg, weg, weg. Oh, weg, weg, weg. Agent Hask. Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer zwei. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war jetzt weg. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch, der Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Okay, ich möchte mich für die Rockland-Video entschuldigen. Ich muss meine Einstellung, glaube ich, mal runterschrauben. Ich habe nur so einen kleinen PC im I-5. Helps! Pillot, Sie lagen. Holen Sie mir den Inferno-Tropen. Kommandor Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todesstern-Schildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zur Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Okay, Freunde, auf geht's auf Endor. Direkt voraus. Hier folgen. Verstanden, Samantha. Sag General Solo, das wird dauern. Wenn es was zu Bergen gibt, finden wir es. Aber der Schaden ist enorm. Wir müssen viele Wrackteile durchsuchen. Ich sag Ihnen, wir tun es dann wieder zu den anderen. Okay, den machen wir erstmal platt hier. Und ich muss sagen... Ich muss sagen, das sieht richtig, richtig geil aus, grafisch. Wahnsinn. Was haben wir denn hier Schönes? Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Front-Kämpfer-Serie. Jawohl. Wunderbar. Was haben wir denn da? Und Karten ausrüsten. Stärkarten ausrüsten. Okay. Alles klar, wir haben ein Slot. Dann werden wir das jetzt tun. Aber ich denke mal hier, das andere kann man das auch im Multiplayer verwenden. Ich weiß es nicht. Okay. Das werden wir uns mal ausrüsten. Ja. Wunderbar, wunderbar. Zurück. Alles klar. 1 Slot haben wir noch frei. Sehe ich hier unten rechts gerade. Okay. Mal sehen, ob wir noch so eine Kiste finden. Okay, jetzt ist noch ziemlich ruhig. Ich hoffe, dass ihr uns da drüben nicht seht. So, jetzt machen wir den hier erstmal platt. Scannen mit E. Ja gut, kann ich jetzt nicht. Es lädt sich gerade wieder auf, wie ihr hier unten rechts seht. Die Zeit muss man halt abwarten. Ah, sieht das geil aus. Auch so mit dem Feuer und so. Grafisch ein Meisterwerk. Und da ich ja Star Wars Fan bin, wird es hier bei mir auf dem Kanal auch die Kampagne zu sehen geben. Wie gesagt, ich werde vielleicht noch ein Part raushauen. Und dann geht es weiter am Release-Tag. Auf jeden Fall, ab da oder einen Tag später wird es in der vierte Teil kommen. So, Freunde, mal gucken. Boah, Mann, ist das eine geile Grafik. Oh, wie macht das jetzt schon Spaß, die Kampagne? Okay, okay, jetzt haben wir uns entdeckt. Aber das macht nix. Mit drei Mann müsste man noch fertig werden. Na gut, das war jetzt nicht gerade schwierig. Drei Gegner ist gleich gar nix. Okay, was haben wir hier? Hm. Ist das hier eine neue Waffe oder was? Ui, was ist das denn Schönes? Scharfstützengewehr oder was? Cool, 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 cool. Was ich auch hier in den zweiten Teil wieder so vermisse, was mich so ein bisschen stört, dass man keine zwei Waffen tragen kann. Man kann immer nur eine tragen. Das sollten sie vielleicht noch ändern. Aber ich denke mal nicht, dass der Entwickler ändern wird, aber man weiß es nicht. Oh, oh, hier sind es schon ein paar mehr. Ja, da kommen sie. Eieieieieiei. Man kommt her, ihr Säcke. Okay, da kommen sie. Die Waffe finde ich jetzt nicht gerade so prall. Aber egal. Was man hat, hat man. Na nun, traut euch, kommt. Kommt. Das tut weh, das tut weh, das tut weh. Hat mich gerade verbrannt. Egal, wir müssen aber trotzdem hier durch. Da ist mal wieder ganze Arbeit geleistet. Respekt. Okay, da sind noch einige, die müssen wir erst mal alle platt machen. Oh shit, da kommt noch mehr. Alle Ziele neutralisieren. Okay, okay. Dann kommt mal her. Ei, 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 ei. Wieder verbrennt. Ah, das kann ich nicht scannen. Shit, muss noch kurz warten. Shit, shit, shit. So, ist schon besser. Der ist weg. Der ist weg. Oh, von wo kam das? Hallo? Von wo, von wo, von wo? Sorry, dass ich jetzt gerade nicht so viel Quatsch habe. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Aua, aua. Ne, so gut ist die Knarre nicht. Hätte ich mal in die andere beiden. Verdammt. So. Das war's. Sammeln und bereit machen zum Abbrücken. Los, sammeln! Gesichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur Thai-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mann aus. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los! Wir folgen, Commander. Wir müssen zur Plattform 4 und diese Thai-Jäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zur Kordus. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Commander. Agent Haas, Kontakt zur Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, Commander. Stell es jetzt durch. Admiral, der Entfernerdruck verlässt Endura. Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Kordus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen. Mal wieder. Nein, dahinter steckt Weg. Die Rebellen waren in Unterzahl und schlecht bewaffnet. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt. Und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander, darf ich freispringen? Nur zu. Wir sind zwar allein rein, aber das klappt fast wie verraten. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein verraten. Okay, okay. Weiter geht es. So, wir müssen jetzt die Plattform 4 erreichen. Aber erstmal hier lang finden überall. Oh nein, was habe ich denn jetzt? Oh nein, 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 nein. Was habe ich jetzt gemacht? Shit, 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 shit. Ich muss hier irgendwie wieder rauskommen. Oh nein, alles voll Feuer hier. Aua, au, au, au. Egal, durch, durch, durch. Schaffen wir schon. Mann, 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 Mann. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay, wir müssen hier hoch. Hier wird uns ein Ziel angezeigt. Aber erstmal gucken, wie wir da hochkommen. Ich denke mal hier lang. Oh, 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 oh. Vorsicht, Kommander. Rebellenpatrouillenär hat sich. Danke. Wir kümmern uns darum. Au, au. Feuer! Schalten Sie sie aus. Okay, okay, okay. Die wollen Ärger. Können sie kriegen. Können sie kriegen. Scheiß Rebellen. Sie haben es verdient. Kommander, da ist ein Rebellenhinterhalt. Wir haben ein Shuttle verloren und werden überrannt. Weiter machen Agent, mal sehen, was wir tun können. Okay, was haben wir hier? So, muss was hecken. So. Mercy alleine im Wald. Okay, ui, was haben wir hier? Was ist das? Sammelobjekt gefunden. Nice. Was ist das hier? Äh, ne, lass mal. Das nehmen wir nicht mit. So, da haben wir das schon, oder? Wenn ich hier unten rechts hingucke, ist das nicht dieselbe so von der Form? Okay, was haben wir hier in der Waffenkiste? Neue Fähigkeiten, freigeschaltet, Störung. Okay, ein Slot haben wir noch. Ein, freien Slot haben wir noch. Ich sage, dann packen wir das doch direkt mal rein, oder? Natürlich. Ausrüsten. Zack. Ja, das war was anderes noch gesperrt. Da muss man erst weiterspielen. Vielleicht können wir das noch freischalten, in diesem oder im nächsten Part. Werden wir sehen. Ein Part wird definitiv noch kommen. Den Rest dann ab Release. Oder einen Tag später. Je nachdem, wie ich zeitlich das schaffe. Im Moment bin ich zu Hause, aber ich muss bald wieder arbeiten. Dann habe ich wieder nicht so viel Zeit. Dann muss ich vorproduzieren. Oh, 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 oh. Okay, hier wird es ein bisschen ernster. Ei, 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 ei. Ja, bin ich schon dabei. Das Imperium evakuiert, Endor. Drängt ihre Bellen zurück. Verstanden, Commander. Wir sind dabei. Oh, oh. Das sind jetzt ein paar mehr. Das wird interessant. Ei, ei, ei. Oh, 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 oh. Da, wieder ein Baum. Oh, 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 oh. Es kommt her, ja, Schweine. Alter, der stirbt gar nicht. Oh, oh, oh. Ich bin hier aber gleich. Okay, den haben wir. Shit, 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 shit. Ich muss hier weg. Oh nein, oh nein. Ah, Mist. Bin auch noch draufgegangen. Ah, nee. Na gut. Weiter geht's nochmal. Okay, wir waren doch eben ganz woanders. Das hat er uns hier unten rausgeschmissen. Ah, toll, auch blöd. Okay, dann müssen wir nochmal da hoch. Komm ich hier rüber. So kann ich nicht über den Baumstamm springen. Was ist denn das für ein Quatsch? Müssen wir wieder durchs Feuer. Aua, aua, aua. Die Geräusche, ey, das ist so geil. So, hier rüber. So, jetzt muss man aufpassen. Schalte sie aus. Okay, mal scannen. Au, au, au. Das ist gar nicht so einfach. Aber die Pistole ist auch scheiße. Jawohl, so geht es. Das abkühlen im ARS, blöd. Das abkühlen der Waffen. Los, weiter, komm. So, da ist der nächste Haufen. Kommt her. Uh, das wird ein paar mehr. Aber hier waren wir ja eben schon. Das kennen wir jetzt. Jetzt geht es rund. Kampfläufer? Wo, wo? Okay, zack, weg, 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 weg hier jetzt. Ah, jetzt muss ich wieder lüften hier. Okay, den haben wir. Bingel, bingel. Was für Action hier. Astran, sehr gut, sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir. Sehr schön, sehr schön. Mensch, wie viel sind denn das hier, ey? Da sitzt Dachwehr. Da auch. Okay, nochmal Fähigkeit hier verwenden. Das ist schon gemein, aber das ist eine coole Fähigkeit. Mensch, das hört ja gar nicht mehr auf. Da kommen ja immer mehr. Aua. So, war es das? Immer noch welche. Ja. Oh, noch welche. Das hört ja gar nicht auf. Boah, wohl auch Zeit. Ich dachte schon, das hört ja gar nicht mehr auf. Wir hatten nicht mit Spezialeinheiten gerechnet. So soll es sein, Sergeant. Dennoch stehen wir in Ihrer Schuld, Commander. Alles klar. Das hätten wir erstmal geschafft bis hierher. Jetzt müssen wir noch zur Plattform. Plattform 4. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, Freunde. Kommt mit. Erstmal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Mir wird ja gar nichts angezeigt. Na ja, müssen wir selber mal ein bisschen gucken. Ah, wieder Feuer hier. Aua, 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 aua. Okay, hier müssen wir lang. Denke ich mal. Oh, den haben sie aber ganz schön zerpflückt. Oder müssen wir jetzt hier hoch? Ey, dass das nicht angezeigt wird. Wieso eigentlich nicht? Auf jeden Fall. Die Kampagne ist sehr, sehr nah. Ist gut hier rüber. Darunter. Okay, da. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da wird es wieder angezeigt. Wunderbar. Offiziere. Offiziere machen ihre Verbündeten effektiver und können Abwehrgeschütze einsetzen. Aha, fernliche Offiziere sollten immer als erstes ausgestaltet werden. Okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Alles klar. Okay, hier machen wir wieder einen Cut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns in Kürze wieder in Teil 3. Macht's gut. Ciao, ciao. Wow. 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 so ein Hut am Schiff kommt.